Nummer 5 Der Sharp Arquos 32 Dye 6E ist ein 32 Zoll Android TV Modell, das sich perfekt für diejenigen eignet, die ein erschwingliches Produkt suchen, ohne in einen Bildschirm mit einer besonders hohen Auflösung investieren zu wollen. Es handelt sich um ein HD-Ready-Modell mit einer Auflösung von 1366 x 768 Pixeln, das auch bei Live-TV-Sendungen ein hervorragendes Bild bietet. Der Fernseher, der sich auch für Ferienhäuser, Zimmer oder für ältere Menschen eignet, bietet dank seiner nicht zu großen Abmessungen eine hervorragende Tonqualität. Mit an Bord ist Android TV Neunte. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4 Eine ausgezeichnete Budget-Option unter den Android-TVs ist der 50 Zoll Sharp Arquos. Ausgestattet mit dem effizienten Betriebssystem Android TV 9.0 Pie ermöglicht er eine intuitive Navigation durch die unzähligen vorinstallierten Portale und Apps wie Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play Movies & TV sowie tausende weitere Apps, die aus dem Play Store heruntergeladen werden können. Chromecast und Google Assistant runden die nützlichen Funktionen dieses Android-TV-Modells ab. Die hohe 4K-Auflösung und die Farbwiedergabe entsprechen den heutigen Standards. Die Nutzer können überzeugende Inhalte zu einem erschwinglichen Preis genießen und die Klangqualität lässt keine Wünsche offen. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Die Philips 8505-Serie ist ein interessanter Smart-TV der Mittelklasse mit Android-Betriebssystem, der eine großartige Lösung für alle ist, die ein gutes Produkt wollen und nicht zu viel ausgeben möchten. Mit seiner 4K-Auflösung ist er in verschiedenen Größen bis zu 75 Zoll erhältlich und dank des neuesten P5 Perfect Picture Prozessors können Sie ein extrem flüssiges Erlebnis genießen. Darüber hinaus tragen die Philips Oberfläche, die zur Vereinfachung der Nutzung des Betriebssystems entwickelt wurde, die Möglichkeit, den Startbildschirm individuell anzupassen und die vielen vorinstallierten Anwendungen zu einer einfachen Nutzung bei. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Die Philips 7906-TV-Serie richtet sich zweifellos an weniger anspruchsvolle Kunden, die wenig Geld ausgeben und trotzdem ein Qualitätsprodukt kaufen möchten. Der 7906 ist in verschiedenen Größen von 43 bis 70 Zoll erhältlich und verfügt über Android TV Version 10, 8 GB Speicherplatz und eine reibungslose und reaktionsschnelle Schnittstelle. Darüber hinaus garantieren seine intelligenten Algorithmen eine hohe Leistung und fortschrittliche Funktionen wie die Suche und die Sprachsteuerung über Google Assistant und er unterstützt auch HDR Dolby Vision. Das Erlebnis wird durch die M-Beleit-Technologie mit einer Reihe von LEDs an drei Seiten des Bildschirms, die sich je nach der auf dem Bildschirm angezeigten Szene anpassen können, noch intensiver gestaltet. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1 Die Philips 706 Serie, ein 55 Zoll 4K Ultra HD OLED Fernseher, bietet dank des Betriebssystems Android TV 10 ein perfektes Fernseherlebnis. Die neueste Generation Pi 5 und künstliche Intelligenz sorgen für eine reibungslose und extrem reaktionsschnelle Nutzung. 16 GB interner Flash-Speicher bieten die Möglichkeit, die wichtigsten verfügbaren TV- und Streaming-Anwendungen herunterzuladen. Auch die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Google Play Movies und Rakuten TV lassen sich problemlos installieren. Die Sprachsteuerung mit Alexa und Google Assistant ist einfach über die Fernbedienung mit integriertem Mikrofon möglich. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt.